So fühlt sich das an, wenn man Geld hat? Alle wollen irgendwas von allem. Leute, die ich jahrelang nicht gesprochen habe, rufen mich an. Ich will das nicht machen. Ich kenne deine Redewendung. Geld verändert nicht dich, sondern die Menschen um dich herum. Verstehst du das? Stolz hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und ohne Stolz wirst du alles wieder verlieren. Menschen wie du, die brauchen Ziele, die Herausforderungen. Du weißt genau, dass es unmöglich ist. Es gibt keinen besseren. Irgendeinen gibt es immer da draußen. Immer. Ich möchte, dass Sie mir jetzt was versprechen. Wenn Sie jemanden lieben, dann sagen Sie es ihm. Auch wenn Sie Angst davor haben, dass Sie das Falsche tun. Auch wenn Sie Angst vor den Komplikationen haben. Sogar auch, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben danach völlig aus dem Ruder läuft. Sie sagen es. Sie sagen es laut. Sie sagen es. Und sehen dann weiter. Manchmal macht es mich allerdings traurig, dass Andy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dazu geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Rede nicht, so wie die, so bist du nicht. Auch wenn du es gerne wärst. Für die bist du nur ein Freak. Wie ich? Im Moment brauchen sie dich. Aber wenn nicht, verstoßen sie dich wieder. Wie einen Aussätzigen. Weißt du, ihr Moral, ihr Kodex. Ist ein schlechter Witz. Verworfen beim ersten Anzeichen von Erdbeeren. Sie sind nur so gut, wie die Welt ihnen erlaubt zu sein. Ist doch so. Es kommt hart auf hart. Und diese, diese zivilisierten Menschen fressen sich gegenseitig. Weißt du, ich bin kein Monster. Nur der Zeit war raus. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 付zungsvolle believe,igt zuANO wie eine Goddokon Wake da.